Ich hatte ein bisschen Puls gerade. Muss noch mal ein bisschen die Bremse aufmachen. Flore, richtig geiles Erlebnis. Hammer. Und wenn Flore jetzt noch diesen Fisch fängt, ich sag's euch, Flore braucht diesen Fisch jetzt. Oh ja, jetzt hab ich ihn. Moin Leute und herzlich willkommen im neuen Video. Ach, wie ich es liebe, diesen Satz auszusprechen, Flore. Ich hab richtig Bock, ich hab richtig Bock, heute mal wieder ein Angelvideo für euch zu drehen. Und ich bin mit Flore am Wasser. Wir sind am großen Fluss. Wir wollen heute auf Barsch und Hecht angeln. Es ist Frühherbst. Sagt man Frühherbst, Flore? Sommer ist ja nicht mehr, ne? Ist ja eigentlich Herbst so, ne? Aber es ist sommerliches Wetter. Eigentlich ist es mir auch ein bisschen warm jetzt hier. Vorsicht, ich hab meine Jacke mitgenommen. Aber richtig schönes Wetter. Genau, wir nehmen euch heute mit. Endlich mal wieder. Wir haben beide richtig, richtig Bock. Ich werde jetzt erstmal auf Barsch angeln, Flore auf Hecht. Wir zeigen euch gleich die Köder, wie wir hier angeln, was wir machen. Nehmen euch da mit und wünschen euch ganz viel Spaß im heutigen Video. Ja, wir haben uns heute eine etwas neuere Strecke hier ausgesucht. Für uns neu. Ich kenne die Strecke schon von meinem Bruder. Der war hier mit dem Kumpel schon mal angeln. Und die haben jetzt Sanna gefangen. Aber das war auch eine ganz andere Zeit und eine ganz andere Uhrzeit. Das war auch schon länger her, ne? Das war auch schon länger her. Und ich wollte die auch schon immer mal hier befischen und mal mir angucken. Und hier sind so kleine Mini-Buhnen, sag ich mal. Und ja, wobei, ich sag mal, so dieses Buhnenfeld hier oder beziehungsweise der Buhnenkäst ist gar nicht so klein, oder? Groß, ja, groß. Ne, kann man gut fischen. Fischbewegung haben wir hier gerade schon gesehen. Ein Rappfen ist hier gerade gestiegen und hat irgendwie Weißfische gejagt. Und da hinten ist Bewegung. Also das sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Pflanzen hier im Wasser. Deshalb, Jana hat es ja schon gesagt, Hechtangeln und Barschangeln. Ich habe hier einen Zanderhecht dabei. 15 Zentimeter Lieblingsköder. Und mit dem Sheriff könnte er auf jeden Fall nichts falsch machen, wenn er damit anfängt. Das mache ich nämlich auch immer. Sehr guter Köder, gerade auf Hecht. Und ich glaube, Jana, du hast die Barschrute dabei, ne? Ja, zeige ich gleich noch. Genau. Mit Spin-Mads erstmal gucken, hier ein bisschen suchen, wo sind die Fische. Und dann machen wir heute ein bisschen Strecke, denke ich mal. Hier so ein bisschen die Buhnen erkunden. Aber sieht sehr vielversprechend aus. Wir kriegen heute Fisch. Ja, Bedingung hat Jana das schon gesagt, ne? Also eigentlich sommerlich, aber wir haben Herbst. Temperaturen im Wasser sind noch vorhanden. Also eigentlich könnte was werden. Das wird was. Könnte was werden, ja. So, das ist meine Route heute. Die Ultraboost Barsch. 2,10 Meter, 2 bis 15 Gramm. Mein Lieblingsköder. Ich habe eine Stradic oder Stradic von Shimano. Eine Tausender dran. Und hier habe ich den Spin-Mads in 10 Gramm. Mit einer schockigen Farbe heute. Und genau, damit versuche ich es jetzt erstmal. Ich wollte euch jetzt mal eben hier was zum Spot erzählen. Und zwar könnt ihr hier vielleicht so ein bisschen sehen. Hier ist die Steinpackung. Also es ist relativ klar, finde ich, das Wasser. Und das hier ist das Interessante an dieser Stelle. Wasserpflanzen. Wasserpflanzen überall. Ich habe einmal bis ganz nach hinten geworfen hier. Und da ist überall Kraut im Wasser. Das habe ich eben schon gemerkt. Und ja, wir haben hier so ein paar überhängende Bäume. Die werfen ein bisschen Schatten. Sehr, sehr spannend. Und hier das Buhnenfeld ist ein ruhiger Bereich. Und das ist sehr, sehr interessant. Weil hier außen fließt der Fluss entlang. Und genau hier werde ich es jetzt versuchen, einen Barsch zu fangen. Das sieht gut aus. Zweiter Wurf, zweiter Bissflore. Ja. Richtig geil. Also ich habe eben zu Flore gesagt, hier fange ich jetzt definitiv einen Barsch. Mal gucken, ob es klappt. Das sieht doch geil aus hier, ne? Mit den Pflanzen und so. Ein ganz ruhiger Bereich. Ganz leichte Rückströmung. Ich gehe glaube ich gleich mal ein bisschen leichter mit dem Köder, weil hier echt keine Strömung ist. Weil der sinkt ganz schnell ab. Also ein bisschen zu schnell. Ich habe jetzt 10 Gramm dran. Ich glaube, ich wechsle jetzt mal auf 6. Ja. Barschis. Ich muss ja eigentlich noch einen Live-Fisch drauflegen. Ja, ne? Ich glaube, das schaffst du. Ich muss noch ein bisschen absinken. Und kurbel langsam durch. Das hat eben gut geklappt. Also die Barsche sind da. Das ist halt schon mal geil, wenn man weiß. Wenn man weiß, die Fische sind da. Aber es ist natürlich auch ein bisschen tricky mit den ganzen Steinen hier, ne? Ja. Da muss man aufpassen. Ich werfe mal ein bisschen weiter nach hinten hin. Ja, ja. Oh ja, oh, ganz hinten, Florian, ganz hinten. Da, wo ich gesagt habe, da sind die Ringe auf der Wasseruhrfläche. Krass. Direkt hier verworfen. Der Köder ist abgesinkt. Ab, abgesinkt. Abgesunken. Oh, ich glaube, ob ich den bis hier vorne hinkriege. Achso, ist noch dran. Ja, ja, ist dran. Ui. Barsch, glaube ich. Oh, der bockt aber. Ja. Also wenn man so weit kurbeln muss, ne? Da musst du ja die ganze Zeit schwang halten, ey. Das ist schon... Da, wo die Strömung auf die kleine Steine packt. Ja. Oh, hast du das gesehen? Da kam Rapfen hoch. Oh, hier ist richtig, richtig Action. Hier ist Action. Guck mal, schöner Barsch. Boah, da muss hier auch Hecht stehen. Oh, schön hier, der erste Barsch. Der erste Barsch für heute. Richtig schöner. Haben wir nicht eben gesagt, es ist Herbst? Ja. Wir schwitzen? Kann uns mal jemand ein Eis vorbeibringen? Bitte? Wir machen jetzt einen Spotwechsel. Ich habe jetzt hier nochmal alles ausgeworfen. Habe zwischendrin auch mit einem Gummifisch geworfen. Ein bisschen mit einem Twitch-Baid geworfen, aber nix. Also ich sehe so ein paar Fischbewegungen da hinten, aber wirklich ganz am anderen Ende. Und ja, wir machen jetzt einfach nochmal einen Spotwechsel. Flo, du hattest auch nix, ne? Ja, nee. Flo hatte keinen Biss. Äh, deshalb machen wir jetzt ein bisschen Strecke. Genau. Das habe ich ja auch vermisst hier, ne? Durch die Butnik. Ja. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Ach ja. Ist das schön. Aber so Richtung Herbst sind wenigstens schon mal so ein bisschen die Brennnesseln und alles nicht mehr ganz so krass wie im Frühsommer. Flore, nächster Spot? Mhm. Das Wasser ist schön klar, Jana. Das ist geil. Gerade zum Hechtangeln. Ja, ne? Aber da muss auch was gehen, Flo heute. Das ist immer so die Zeit. Wenn das Wasser aufklart in den großen Flüssen, dann kann man auch die Hechte gezielt angeln. Sonst, wenn das Wasser so trübe ist, dann angel ich auch eigentlich lieber auf Zander, ne? Dann ist es immer schwer, die Hechte gezielt zu finden, ne? Weil das sind halt solche Sichträuber. Wenn die im trüben Wasser jagen, ja, muss man den Köder halt wirklich genau in die Nähe des Hechtes werfen. Und wenn das Wasser ein bisschen klarer ist, dann sehen die ihre Beute aus größeren Entfernungen, ne? Und verfolgen die dann auch gezielt. Ja. Ist das schön hier. Oh, Flore, guck mal. Oh, schön. Ich muss jetzt auch angeln. Tu das. Jana hat einen Fisch. Einen guten, oder? Äh, weiß ich nicht. Ja, also besser. Hat sich einfach reingehangen gerade. Ich hab das erst gar nicht gemerkt. Wenn das jetzt ein Zander ist, oder so, ne? Weil der hat sich so reingelt. Also, ich seh ihn noch nicht. Ich mach den Kescher ein bisschen länger. Aber ist die Bar... Puh, wo ist ein... Ui. Ja, Rapfen, oder was hast du da? Nee. Also auf jeden Fall Kraut und... Oh, warte. Oh, ist was Gutes, ja. Das ist was Gutes. Sieht fast nach Rapfen aus. Guck dir da dann! Nee, ein Hecht. Oh nein, nicht. Du hast... Oh, oh, oh. Oh, der hängt vorne. Ja, ich glaub. Oh, ein Hecht. Oh, auf diesen Mini-Köder. Ich wollte es vorhin gar nicht gesagt haben. Ja, mein Zielfisch hier, Jana. Gut, dann musst du hier mal rüberziehen. Mein Zielfisch, Jana. Hecht. Herrlich. Ja, ich hab Flores Zielfisch gefangen gerade. Hammer. Richtig geiler Fisch, Flores. Gar nicht so klein. Nee, ne? Also lang, schmal, aber richtig groß. Der sah erst kleiner aus. Ja, genau, aber der ist ganz schön lang. Boah, ey, das war ein Nervenkitzel. Erzählen wir gleich, ne? Ja. Flora hat es eben noch gesagt. Flora hat eben noch gesagt, das Wasser ist klar. Man kann gezielt auf Hecht angeln. Und in dem Moment bin ich dann hier rübergegangen, auf die andere Seite hier. Vorseite, muss ich schon sagen, auf die andere Seite. Und mache den ersten Wurf so. Und ich dachte so, Mann, ist das hier eine trübe Brühe. Weil hier so auf dem Wasser so Blütenpollen und so Pollen gedönst ist. Hab so überlegt, bin so am Durchkommen. Auf einmal so, wurde es zu schwer. Und ich so, hab ich irgendwo, hänge ich jetzt irgendwo in einem Ast oder so? Und es kam kein, kein Einschlag, gar nichts. Deshalb fand ich, war es eigentlich für Zander untypisch. Aber er hat sich nicht angefühlt wie ein Hecht. Und zwar, weil der Spinmat vorne in der Lippe hing, ne? Also es war nochmal ganz anders. Also, aber der hat anscheinend den Köder attackiert. So, ich weiß nicht. Und, äh, also an so einer kleinen Barschrute macht so ein Hecht. Was macht der gehabt haben jetzt? Ja, Ende 60. Ja, ne? Knapp 70 hätte ich auch gesagt jetzt. Also der ist so schmal gewesen. Stimmt, der war sehr lang, ne? Ja. Sagen wir, zwischen 65 und 70 Zentimeter. Da macht so ein Hecht ganz schön Laune. Ich hatte ein bisschen Puls gerade. Ich muss noch mal ein bisschen die Bremse aufmachen. Als ich gesehen habe, also ich habe erst gedacht, ein Zander, okay, den kannst du ja oft, also gut, im Strom nicht, aber manchmal kann man den Zander so randkurbeln, ne? So randpumpen. Aber als ich gesehen habe, das ist ein Hecht, habe ich gedacht, oh, da müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen, aber war richtig gut, Flore, war richtig gut, oder nicht? Ich dachte auch kurz, das wäre ein Rapsen. Ne, ja. Weil du sagst, es hat sich noch reingehangen, okay, könnte auch noch nicht sein. Ja, aber war aber auch echt schwer. Oh, cool, Flore, richtig geiles Erlebnis. Ja. Hammer. Einfach hammermäßig. Jetzt habe ich schon Barsch und Hecht gefangen, jetzt bist aber du dran. Aber ja, ich mache mir jetzt einen Bart. Mit so einem kleinen, ich zeige gleich den Köder. Genau, ich mache mir jetzt einen Spin mit an meiner Zander Hecht. Ja, genau. Aber den ganz kleinen. Ja. Da fängst du größten Fisch mit. Also ich würde sagen, ich habe meinen Soll erfüllt für heute, oder? Ja. Ich konnte jetzt einfach mich zurücklehnen und entspannen und Flore filmen. Nein, aber ich werde natürlich auch weiter angeln, ne? Also mir juckt so richtig in den Fingern. Dadurch, dass wir nicht mehr ganz so oft loskommen, muss man das natürlich auch ausnutzen. Ich zeige euch mal eben auf der Wasseroberfläche genau das, was ich meinte. Seht ihr das hier? Diesen Bereich habe ich mir ausgesucht hier. Da hinten habe ich hingeworfen. Und da dachte ich so, boah ey, hier muss doch ein Fisch stehen. Tja, und dann stand hier ein Hecht. Aber ist natürlich auch hier, seht ihr das hier? Die Bäume, die so übers Wasser ragen. Optimal, optimal. Auf solche Ecken könnt ihr immer achten. Also wenn ihr Fische sucht, versucht es mal an solchen Ecken. Denn das ist oft immer so ein kleiner Geheimtipp. Oh, oh, attacke. Ja, attacke. Billattacke. Aber der könnte nochmal kommen. Guter Hecht. Guter Hecht. Den habe ich gesehen. Der sah richtig gut aus. Einmal einen Schwanz gebissen. Ja, alter, gerade eine richtig brutale Attacke gehabt. Ich habe den Fisch noch wegdrehen sehen. Der ist so ein bisschen nach rechts jetzt weggeschwommen. Ne, er hat nur gebissen. Da ist er. Ab. Im letzten Moment noch ab. Das ist aber, glaube ich, ein kleiner Barsch. Mensch. Gut. Warum muss ich es weitermachen? Ich war nämlich gerade auf dem Weg. Ich wollte nämlich einen anderen Köder nehmen. Was haben wir denn hier? Ich wollte nämlich, glaube ich, einen... Was nehmen wir denn hier? Whisky Orange. Whisky Orange. Habe ich noch einen mit einem schwereren Kopf? Was ist denn hier dran? Das ist nicht so schön aufgezogen. Acht Gramm, probiere ich mal. Was ist das hier? Sechs Gramm. Ich habe nämlich eben mit 16 Gramm gefischt, ne? Weil so viel Strömung war. Aber ich weiß ja, wo der Fisch steht. Ich probiere es jetzt mal mit acht Gramm. Andere Farbe. Funktioniert häufig. So, also der Plan ist jetzt mit Whisky. Warte mal, habe ich jetzt nur Whisky oder Whisky Orange rangemacht? Jetzt müssen wir gleich nochmal gucken. Acht Gramm nur. Bisschen weniger Gewicht. Aber das Gute ist hier, im Wohnfeld ist auch weniger Strömung. Das heißt, ich kann ihn ganz langsam leicht an Land führen. Vielleicht kriege ich ihn dann nochmal zu. Warte mal, was habe ich jetzt hier genommen? Äh, normal Whisky. Ja, okay, gut. Weil ich hatte eben da auch noch Whisky Orange verliegen. Ich habe mich jetzt doch für den Whisky entschieden. Gut. Bisschen absinken lassen. Dann ganz langsam reinkurbeln. Kurze Spin Stops zwischendrin. Vielleicht hat der Fisch ja seinen Standort wieder eingenommen. Schnappt sich hier den Whisky. Also das wäre nicht das erste Mal, dass wir ein Fisch, der es schon mal gebissen hat, dann doch nochmal irgendwie mit einem anderen Köder zum Anbiss verlocken können. Das hat sogar sehr oft schon funktioniert. Ja, bewegt sich auf jeden Fall richtig schön hier im Wasser. Wie gesagt, Wasser sehr klar. Im Vergleich zum Sommer. Es wird sogar noch klarer, ne? Umso mehr das Richtung Winter geht, so klarer wird das. Da kann man dann Zander auch in der Regel fast nur noch nachts angeln. Entweder mit Wobbler oder auch mit Gummifisch. Da wird es tagsüber echt schwierig. Deswegen, wie gesagt, heute Hecht auf der Tagesordnung. Was ich gleich auch nochmal probieren kann, Routenspitze runter. Köder vorher absinken lassen und dann mal schnell durchkurbeln. Man muss alles mal so ein bisschen ausprobieren. Vielleicht will er ja auch einen schnellen Pflichtenden-Köder. Also ich zeige euch mal eben, was ich hier heute so mit dabei habe, weil ich wollte ja eigentlich gezielt auf Barsch angeln. Und habe hier eine ganze Box voller Spin-Mads. Und ich habe eben mit 6 Gramm gefangen. 6 Gramm hier, aber noch 4 Gramm. 10 Gramm habe ich auch. Aber ich angele jetzt einfach mal weiter mit 6 Gramm. Mal schauen. Und ja, ich glaube, wir haben nachher noch eine kleine Überraschung. für euch. Oh, Biss gehabt. Oder? Ich glaube, ich hatte gerade einen Biss. Ja, ja. Oh. Nein, nein, der hängt noch nicht. Aber er hat zweimal gebissen. Man ist so richtig. Leute, auf den Whisky. Wir gucken mal. Ja, hier sind die Katzen drin. Hier sieht man es. Hier hat er gewissen. Scheiße, aber der beißt nur einen Schwanz. Warum beißt der nur einen Schwanz? Oh, da war er wieder. Ja. Kann nicht wahr sein. Warum hängt der nicht? Ein ganz winziger. Ja. Guck mal. Ein ganz kleiner. Ganz, ganz kleiner. Ganz kleiner, aber ein schöner. Schön, oder? Schön. Richtig schön. Ich ackere gerade noch. Ja, ja. Ich probiere gerade alles Mögliche aus. Flore ackert. Ich habe den Leuten gerade schon erklärt, was man alles machen kann. Okay, ja. Ja. Vielleicht sollte ich mal mit einem kleinen Spin-Match hinwerfen. Ich habe auch gerade schon gesagt, dass ich vielleicht noch ein Spin-Match dran mache. Ein größerer. Wir haben ein paar größere dabei. Ja, ja. Wir haben ja alles. Ich wechsle jetzt auch nochmal die Farbe. Obwohl, ich glaube, ich angle jetzt mal mit einem kleinen Gummifisch hier, Flore. Mach das mal. Ja, ja. Also, bei Flore geht es ja ab, ne? Mit den ganzen Bissen. Aber manchmal ist es schwierig, ne? Also, Fische werden einem einfach nicht geschenkt. Blau hat jetzt ja mit 15 Zentimeter geangelt. Jetzt hat er, glaube ich, ein bisschen runter geregelt. Ein bisschen kleineren Köder dran gemacht. Gucken. Ich genieße es einfach so. Wirklich, Leute. Ich genieße das Angeln, das Draußensein, die Entspannung, diese Kopffreikriegung. Mir fällt kein richtiges Wort dafür ein. Auf jeden Fall ist es so, ach, so schön. Wirklich so schön. Ich geh mal von meinem Führerschein. Ach so. Ah, Flore ist seit längerer Zeit auch endlich mal wieder ein bisschen entspannter. Flore macht gerade beruflich so einiges neu und lernt einiges dazu. Und er muss jetzt einige Führerscheine machen. Einige. Wir haben praktisch alle, die es gibt. Reicht ja noch nicht so Auto- und Bootsführerschein. Nein, jetzt macht man für alle Kraftfahrzeuge. Sagt man für alle Kraftfahrzeuge? Boah, ich bin gut. Macht er jetzt einfach mal alle Führerscheine, die man so machen kann. Und Florian hatte jetzt neben dem LKW-Führerschein LKW mit Anhänger. Wenn Zuschauer unter unseren Zuschauern sind, wenn LKW-Fahrer unter unseren Zuschauern sind, wir wissen jetzt bzw. Flore noch mehr, was das bedeutet, LKW zu fahren mit Anhänger. Also Respekt an alle LKW-Fahrer, Trucker etc. Gerade im Stadtverkehr. Hui, also Flore hatte jetzt nämlich gestern, war das gestern? Ich bin auch schon. Gestern hatte er seine CE-Prüfung, das heißt LKW mit Anhänger. 18 Meter ist das Teil lang? 19? 18,75. Und Flore war schon echt ein bisschen angespannt, weil er den Tag davor auch einfach mal drei Stunden durch den Berufsverkehr in Hannover gefahren ist. Seine letzte Fahrstunde. Und er sagt so, ich war so fertig. Es ist so stressig einfach. Die Autos überholen dich von hinten über den Fahrradweg, fahren auf dem Bordstein. Also du erlebst einfach in der Stadt Sachen. Die Leute fahren wie die Wahnsinnigen. Naja und dann fahren wir als Fahranfänger, also als LKW-Fahranfänger im Berufsverkehr. Drei Stunden am Stück. Aber Flore wäre nicht Flore, wenn er das nicht gut meistern würde. Also er hat die Prüfung natürlich bestanden. Und deshalb kann er heute aufatmen. Darum sind wir auch heute am Wasser, um einfach das mal so ein bisschen zu feiern. Und ja, dass Flore einfach auch mal wieder ein bisschen abschalten kann. Und wir mal so ein bisschen Zeit für uns haben. Und ja, es ist einfach ein Traum. Also richtig geil. Und wenn Flore jetzt noch diesen Fisch fängt, ne? Ich sag's euch, Flore braucht diesen Fisch jetzt. Dann ist, glaube ich, sein Abend gerettet. Richtig gut. Also ich wünsche es ihm so sehr als Belohnung, den Fisch heute. Ihr müsst mal Flore alle gratulieren. Also ich bin sehr stolz auf Flore. Ich bin immer stolz auf Flore, aber ja, zu diesem Ereignis auch nochmal ganz besonders. Okay, Sportwechsel, Leute. Oh Gott. Na ja, was macht man nicht alles fürs Angeln, ne, Flore? Oh Mann. Wer kennt es nicht? Man weiß, da ist ein Fisch. Man weiß auch, er beißt. Man hat ihn mehrfach gesehen, aber er will einfach nicht hängen bleiben am Köder. Und dann da wegzugehen, Janos, mal hart, ne? Ja, das ist mies. Und vor allem fange ich ein Hecht mit einem Spin-Met und dann... Ja, da, aber... Oh, ich hab dir geholfen. Meine Hände riechen auch noch ein Hecht. Das ist... Ja. Ja, okay. Wir gehen mal zum nächsten Spot. Ja, das Gute ist, von da kann ich vielleicht dann nochmal hinwerfen. Ja, wir gehen nur einfach eine Stelle weiter. Vielleicht kriegen wir einen von da. So, nachdem wir durchs Unterholz sind, mussten wir doch nochmal einen neuen Weg suchen. Wir überlegen gerade. Wir machen, glaube ich, gleich nochmal einen Spotwechsel. Flora, hattest du eigentlich hier einen Biss? Nee. Auch nicht. Okay. Irgendwie muss für Flora noch ein Fisch kommen heute. Ah, das ist so schön. Es kommen jetzt einfach mal ein paar Naturaufnahmen. Oh ja, jetzt hab ich ihn. Ja, jetzt hab ich ihn. Oh, Junge. Junge. Danke. Jetzt hab ich ihn. Jetzt hab ich ihn. Wie lange ich an dem geackert hab. Das ist der Fangerfolg, Mann, der zählt. Der war hart erarbeitet. Oh, doch gut. Der ist schöner. Der Fangerfolg zählt, Flora. Oh, herrlich. Herrlich. Erlösung. Alter, nach diesem Prüfungsstress. Oh, das war gerade echt. Oh, dieser Einschlag gerade. Keine Sorge, der Fisch ist unten im Kescher. Oh, nach diesem Prüfungsstress gerade. Boah, war das echt gut. Hammer. Flora, ich freue mich so sehr für dich gerade. Es ist so schön. Und auf den Sheriff, ne? Ja, normal. Ich zeige euch den Zufall kurz. Ja. Ah, da ist er, Leute. Richtig, richtig schöner, kleiner, spritziger Hecht. Der hat mich geärgert. Der hat mich richtig geärgert. Aber ich glaube, den ersten Biss, den ich hatte, das war noch ein anderer Hecht. Der war größer. Auf die Entfernung doppelt so lang, auf jeden Fall. Aber cool. Ich find's so geil, dass es geklappt hat. Danke, kleiner Hecht. Mega. Noch machst du mich glücklich. So ein toller Tag. Vier Triefloch. Hammer, danke. Beide Hecht gefangen, ne? Sehr schön. Für mich war es ja der Ziel. Fisch, für dich war ja Barsch. Barsch hast du aber auch gefangen. Ja, ja, einen kleinen Barsch. Ne, zwei. 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 Und den schönsten Hecht heute. Hat uns mega Spaß gemacht hier an der Strecke. Wir werden ja wahrscheinlich in nächster Zeit mal ein bisschen öfter angeln, ne? Weil jetzt kennen wir uns ein bisschen aus. Das war erstmal hier so das erste Kennenlernen, ne? Was geht hier so? Was kann man hier so machen? Hat richtig Bock gemacht. Ja, Leute. Und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Video gefallen hat. Weil wenn ihr das macht, dann nehmt ihr nämlich automatisch auch an unserem Gewinnspiel teil, was wir uns gerade überlegt haben. Und zwar gibt es zu gewinnen. Eine Packung 15 Zentimeter Sheriff. Dazu gibt es Haken. Ja, Größe 5.0. Am besten, ich sag mal, eine Packung 14 Gramm. Ja. Und eine Packung 8 Gramm. Da könnt ihr ja von je nach Strömung mal ein bisschen variieren. Und es gibt auch ein Spinmat. Und es gibt zweimal 6 Gramm Spinmat Sonderfarbe. Welche Farbe, Jana? Nehmen wir den Cookie und den Magic. Cookie und Magic. Genau. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Wir würden uns mega freuen über ein bisschen Feedback. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen, mal wieder mit uns unterwegs zu sein. Und wir wünschen euch alles Gute und bis bald. Ciao. 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 Ciao.